Wie ihr seht, es ist Winter auf dem Weltacker. Die Pflanzen ziehen sich alle in ihr Inneres zurück und sammeln Energie fürs nächste Frühjahr, um dann sich wieder aus der Erde zu strecken, zu wachsen und zu blühen. Und genau das machen wir auch. Wir haben ein neues Samenkorn in die Welt gesetzt. Wir sind Eva, Katharina, Janis und ich. Wir haben die BINELA gegründet. Bildung, Nachhaltigkeit, Ernährung, Landwirtschaft. Eine gemeinnützige Unternehmung, um den Weltacker zu gestalten. Und nicht nur im nächsten Jahr, sondern in die Zukunft gedacht, dass ihr uns auch auf viele Jahre hier auf dem Weltacker besuchen könnt. Dafür freuen wir uns über jede Unterstützung mit Rat und Tat, über eure Neugier und natürlich auch ganz konkret über finanzielle Unterstützung. Und da gibt es etwas Neues im nächsten Jahr. Mit einer Patenschaft könnt ihr so viele Quadratmeter Weltacker ermöglichen, wie ihr euch das leisten wollt. Und ihr kriegt dafür eine Urkunde und die Dankbarkeit von tausenden von Weltackerbesuchern und natürlich von uns im Weltacker-Team. Wie genau das funktioniert, könnt ihr ab Mitte Dezember auf der Webseite finden. Die Zukunft beginnt jetzt. Gestaltet sie mit uns!